Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Wisst ihr, was mich immer verwirrt? Mein lautes Hai kommt über dieses Mikrofon nicht rüber, weil das Mikrofon regelt automatisch runter, was ein bisschen blöd ist. Ich kann es aber leider nicht abstellen. Jetzt habt ihr leider kein lautes Hai mehr. Jetzt fallt er nicht mehr von den Stühlen, wenn er das morgens guckt. Hat doch auch was für sich. Ja, wo bin ich denn? Wir haben eine sensationelle Runde gespielt, denke ich, hoffe ich, denn ich habe vom 28.07.1923 noch eine Aufnahme, die ich noch nicht geschnitten habe. Und die wollte ich unbedingt schneiden immer, aber habe es irgendwie nie gemacht. Was genau da passiert, weiß ich leider nicht. Ich war nur mit Axel und mit Sonja unterwegs. Ich schmeiße euch jetzt ins kalte Wasser und mich auch. Ich musste nämlich jetzt schneiden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit mir über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Oh, die Leute, die noch nicht abonniert haben. Worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Huch, wer bist du denn? Wir haben Rumpelstilzchen dabei. Was? Haben wir ein bisschen Rumpelstilzchen bei uns? Er gehört nicht zu uns. Nee. Guck mich mal an, bleib mal stehen. Sieht aus wie ein Wolfsmensch. Was hast du denn da auf? Es ist Rumpelstilzchen. Es ist einfach... Was hast du denn gemacht? Ich bin Zorro. Du hast Hunde getötet. Das sind Hundegebisse. Das... Also... Die Hose... Unfassbar. Wie heißt denn der Typ nochmal von Hangover? So sieht er aus. Ist er nicht Freddy? Nee, so eh nicht, ne? Ich weiß gar nicht. Willi? Brauchst du sie? Alan? Alan! Ja. So ähnlich. Jetzt weiß ich ja, warum die Hundegebisse. Wir sind das Wolfsrudel. Aber solange keiner nackt ins Gesicht springt, alles gut. Nee, bitte bleib weg. Räube Hotzenflots. Genau. Hunter. Ich begrüße sie. Ja, Schuss auf mich. Von wo? Keine Hins, weißt du nicht von wo. Und hier drin? Ich weiß es nicht. Eieieiei. Hier drin ist wer. Hier draußen der Matsch, glaub ich. Hier drin ist wer. Und hier draußen der Matsch. Und draußen, ja. Der überlebt das. Das gibt's noch nicht. Der ist hier drin. Oben im Haus. Oh, weg, weg, weg. Der hat hier durch die Wand geschossen. Ja, 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 was ist denn los? Ach, kommt, Zombies. Hier oben, Sonja. Noni ist vor der Tür. Mann, wieso denn? Der lädt nach, der hat eine Pumpe. Mit draußen ist einer. Draußen habe ich einen. War's das? Weiß ich nicht. Hier draußen liegt eine. Ja, dann war's das. Das sind drei Stück. Uuuh. Ich hab Geier. Ich hab Geier gemacht. Und wo ist der dritte? Oh, 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 du Sau. Jetzt brennt der. Oh nein. Und ich hab den Balken weg. Oh nein. Was macht die denn her? Einmal mit Profis. Ja, lass den brennen. Also ich muss den nicht loben. Den hast du, Axel. Ja, ihr habt Schatten. Ihr könnt den Clou holen. Ich hab keinen Schatten. Clou? Schatten? Ich hab Schatten. Ja, weil der dicke da drauf steht. Ja, ja, ich hole. Manchmal frage ich mich, wie Pumpen kaputt sind. Ja, manchmal. Es ist ein großer Random Faktor bei den Pumpen dabei. Wenn du aus der Hüfte schießt. Schießt. Äh, Axel, dir fehlt ein Balken? Ja, kleiner. Egal. Ich hab Remedy. Soll ich den Dicken machen? Den Klappen. Mir ist egal, musst du wissen. Ja, weil der Boss wird schon gemacht. Jetzt läuft er zum roten Fass. Ich bin aber auch ein Verschwender. Nimm ruhig. Sonja, Blutarm hier. Nein, ich bin schon weg. Ich komme. Ich komme. Boah, wir haben ja keinen Regen. Fällt mir gerade erst auf. Mhm. Das ist ja gut. Ich bin jetzt gelandet. Ich bin jetzt gelandet. Ich bin jetzt gelandet. Hitschot, Hitschot, Hitschot. Oh, der lebt noch. Meinen ist einer gestorben. der ist links vom fenster aus einer links außen oder anderes team sind runter glaube ich beide runter da ist noch einer am fenster links am linkesten link mit zwei teams wahrscheinlich ja sind zwei teams hinter dem weißen haus minimum zwei also ich muss mal runter ich gehe ein bisschen rechts rum und versuch anzukommen vielleicht auch nicht einer ist doch hier anderes im haus ich laufe jetzt komplett rum ja der läuft hier rum ich habe extra noch nicht geschossen weil ich auf meinen moment gewartet jetzt habe ich keine heilung mehr ich habe keine muni mehr ich muss mal gucken ob ich welche habe treffen aber auch wie die acht sterne hier jetzt bestimmt eine kiste drin kommt bitte läuft zurück hinterm zaun da oben wäre dann einmal auch hit von mir aber sie ist nicht gefallen 149 schaden ich habe ich brauche nur die leute 1-shot-serial-kinner und 1-shot-head-hunter 1-shot-serial-kinner und 1-shot-head-hunter 1-shot-serial-kinner und 1-shot-head-hunter ach du heilige der steht direkt vor mir da ist noch einer hat hit ich sehe nicht ich brenne habe ich noch einer ist noch einer ich habe nur noch zwei schuss in der piste ich habe keine heilung mehr da hinten irgendwo rechts neben dem weißen hüttchen häuschen links oh man das ist nicht gut was war doch der kopf oder nicht es ist einfach so seid ihr vom bounty team oder von einem anderen team weiß ich nicht Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ne, vom anderen Team. Glaube ich. Ja, anderes Team. Das ist wohl die Bounty. Ich lege in den Büschen. Hax, bist du da? Ja, ja. Oh, ich lege. Oh, ich lege. Das ging auf mich. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Ich renne jetzt hier vorne ins Haus. Die Bounty, die außerhalb ist. Sie sehen uns sowieso. Ja, ja. Ich brauche nur irgendwas, dass ich Deckung habe. Hast du gedacht? Das ist der Typ, der mich erschossen wollte. Oh, Mama. Kopf einziehen, Kopf einziehen. Und zwei Schuss. Oh, Vorsicht. Ich weiß nicht, wo der da hinten ist. Von beiden Seiten. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mama. Das ist doch keine Heilung mehr. Ich auch nicht. Scheiße, 50 HP noch. Oh, Mann. Der andere ist da hinten. Ja... Oh oh. Nein! Ich- ich Ich kann mich nur aus dem Range-Bereich raus. Kann man dem Geländer nicht vorbei. Ja, ärgerlich. Das sieht ja lustig aus. Unsere Totenköpfe sind genau übereinander. Die sind gut eingepackt. Ja. Fangen wir gut, guck mal. Ich wollte schön den Stachelrad auf den Balkon werfen. Ich kam an diesem scheiß Geländer nicht vorbei. Sag mal Bescheid, wenn sie euch hören. Ja. Sind genau von zwei Leichen. Ne, so schlimm ist es nicht, Julia. Wir hatten sehr, sehr gute Runden vorhin. Also Kalinka hat im Moment noch nichts zu tun. Bei mir vielleicht schon. Ich bin oft gestorben. Oh. Sind die noch bei euch auch ein Leichen? Ja, wir brennen. Ja. Ich nicht. Ich brenne. Okay. Ich auch. Ah, wird noch nicht angezeigt. Nein, ich habe kein Death-Shield. Was? Sind die da jetzt hin? Was? Sind die da jetzt hin? Ich glaube schon. Du brennst noch nicht ab, dann ne? Nee, nee. 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 oder was laufen die weg jetzt die zum gefängnis jetzt einer ist jetzt im gefängnis von denen wir laufen jetzt nach links ich kann ich dich holen ich hatte hier noch einer sitzt der dritte kannst du haben das wäre lustig wenn er da drin wäre von dem meinst du mich und kann die waffen von dem nehmen den anderen natürlich ja 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 wenn wir noch mal feiten ich brauche heilung das ist ein hohen hunter ja ich hatte ein hohen und da macht die blatt jetzt da unten wo ist ein axel okay ich muss die npcs ja ein paar konnte ich wegnehmen das war jetzt nicht so schlimm egal die kriegen sich mit die machen boss gerade da hörst du bist du eh nix bei dem also fallen auf hier waren keine fallen wenn außen gegangen einen habe ich verwandt nein jetzt hat er verwandt alles frei guck mal da liege ich so brav auf der treppe und trotzdem haben sie mich abgefuckt das heilung axel besser beinahe reinge geschickt auf den wurm nein ich bin schön dass du da was in vielen vielen dank lieber reino gute arbeit guck mal ich habe aus jedem team eingekillt sogar aus dem 12 ja killt mal speichern wir kennen die speicher okay auf den letzten satz möchte ich nicht darauf eingehen aber der ist mir in erinnerung geblieben tatsächlich jetzt kommt lebran der hört dass ich rede ja war doch eine super super spannende runde das coole an der runde war dass überall was passiert ist jetzt ist der kackpock hier hinter mir soll das direkt fight gehabt dann aua dann aden direkt fight gehabt sag mal das tut weh und dann hat das sonja und axel noch sensationell gemacht es war auch interessant für mich jetzt die runde zu schneiden ich konnte mich nur teilweise noch daran erinnern und zwar die runde ist tatsächlich auch bei den letzten twitch nicht nicht bei den twitch jobs waren das die letzten ich glaube das waren die letzten kann es sein ich weiß es waren die vorletzten passiert und da hat mir der liebe iron red hat mir was zu essen nach hause geschickt vielen 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 dank nochmal dafür es war sensationell und ja vielleicht sind ja bald wieder twitch jobs wer weiß normalerweise sind immer so twitch jobs im februar mal gucken ob dieses jahr auch welche kommen ich hoffe ja ich hoffe ihr hattet spaß mit der runde auch wenn es schon ein bisschen älter war es war ein bisschen verwirrend die alten sachen da noch zu sehen wie zum beispiel die schiffe die man holen konnte die kaputten oder dass man schatten hatte wenn man die am boot oder am wagen geholt hat hört ihr den ihr da unten der lenkt mich total ab und ja ich fand sie gut ich fand wirklich eine sensationelle runde ich sehe die runde mit anderen augen jetzt weil das schon so lange her ist und ich finde das tatsächlich cool so alte runden zu schneiden ich habe noch so ein paar so ganz alte runden die habe ich mir gott sei dank auf eine andere festplatte gespeichert ich hatte nämlich einen festplatten crash und da sind die ganzen in anführungszeichen neuen runden weg gewesen und jetzt habe ich noch 1 2 3 so ganz ganz alte jetzt hörst doch mal auf ich bin gleich fertig ja sei es drum der lenkt mich eh ab jetzt heute mittag ab 14 uhr wieder live würde mich sehr sehr freuen euch zu sehen auf twitch natürlich 1049.de wie hier heiße ich dort jeden tag von 14 bis 18 uhr und denkt an game.de die sind unten verlinkt holies unten verlinkt mit zwei rabattcodes unser discord ist unten verlinkt und jetzt einen schönen tag sorry für das chaos auto wird nicht besser auch wenn ich jetzt neu einsprechen würde haut rein tschüss